Brauchst du auch einen guten Grund, mal wieder das Haus zu verlassen? Dann komm mit uns auf die Straße und mach mit bei unserem Fotowettbewerb. Wir machen einen Fotowettbewerb, bei dem du deine Stadt, dein Dorf oder deine Region nochmal besonders unter die Lupe nehmen kannst und uns zeigen kannst, was du gerne verändern möchtest. Egal ob kreativ, ironisch, humorvoll oder ernst, alles ist erlaubt. Es gibt zwei Kategorien. Du kannst dir entweder eine aussuchen oder wenn du willst, kannst du auch für beide Kategorien ein Foto einschicken. Unter der Kategorie Dein Ort so grün kannst du ein Foto machen, was zeigt, wo dein Ort nachhaltiger, grüner oder umweltbewusster sein kann. Unter der Kategorie Dein Ort so bunt kannst du zeigen, wo dein Ort offener, vielfältiger oder bunter sein soll. Weitere Infos zum Mitmachen findest du auf unserer Website. Und da findest du auch nochmal Ideen für weitere Fotos, die man machen kann oder was es überhaupt zu gewinnen gibt. Und jetzt schnapp dir eine Kamera und zeig uns, wo es dir an Farbe fehlt.